Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 2 mit mir, dem Shardox und dem... Johnny! Juhu! Party! Let's get ready to rumble! Okay, dann wollen wir mal 3, 2, 1... Spielschaden. Q glaubte, eine Stelle für den Schuss gefunden zu haben und sie wollten von einem Flugzeug Pläne und Vorräte abwerfen lassen. Leider hatten die Flieger die Abwurfzone verpasst. Sie hatten den ungünstigsten aller Orte getroffen. Das Dach eines Kirchturms. Es stellte sich mir nur die Frage, wer auf mich warten würde. Die Deutschen oder die Russen? Kein Zweifel, dass die mich erwarten würden. Okay. Dann wollen wir mal. Ja, wir wollen mal sagen, ne? Ei, ei, ei. Dann sind wir wieder klarkommen, ey. Ein, zwei Tage nicht gezockt. Immer wieder sneaky, oder? Boah, WTF. Ja, okay. Das sind direkt, glaub ich, welche, oder? Sicher? Weiß ich nicht. Boah, ich muss... Warte, ich will jetzt mal direkt zu Steinen wechseln. Wie wechselt man nochmal? Ich hab's vergessen. Sechs, sechs. Sechs. Da ist einer, da ist einer. So. Wo? Ah, da. Du bist doch ein Penner, ne? Ja, der stand da schon so geil, weißt du? Du musst dich direkt einen geben. Pass auf, der ist der Nächste. Warte mal. Ich schmeiß einen Stein. Was war das? Oh, was war das? Oh, die sind jetzt... Die sind jetzt richtig Agro. Zwei, zwei sind Agro. Warte mal. Vielleicht sollten die... Da hin. Diese Spassen... Oh, WTF? Boah, der hat direkt von da oben auf mich geschossen. Da, da oben ist einer. Ja, ne, der hat aber nicht gemacht. So, ich hab ihn voll ins Kopf, mir den Kopf reingegeben. Ja, der ist er tot. Der ist er tot. So, haltet die Augen auf. Oh, okay, das war daneben. Okay, das war auch daneben. Okay, das war Treffer. Hinter unten. Was für Sneaky. Ich geb ihm... Ich geb ihm... Scheiße, Mann. Ich seh den nicht wegen der Nebel. Ah, jetzt hab ich ihn weggefetzt. Gut. Oh, den hab ich auch weggefetzt. Super. Hä, von wo werde ich ihn? Er hat er beschossen, ey. Au. Warte mal, von wo schießt der? Achso, da oben. WTF? Ich seh den gar nicht. Ach, da, warte. Boah, ich seh den mal ganz, ganz kurz, seh ich... Ja, wenn das aufleuchtet. Hast du ihn jetzt? Weiß ich nicht. Hä, WTF? Was ist er für ein Spacken? Ich schieb den Mann schicken hier vor. Ich seh den einfach nicht. Ich muss noch viel, viel mehr... Oha, der Panzer! What the fuck? Hilfe! Hilfe! Oder passt auf, ist er nicht gut? Warte, ist er irgendwo der Tankdeckel auf der Seite? Nein. Ah, der kommt jetzt nicht, ich geh weg da! Auf Platz! Scheiße. Oh, wow, 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 wow. Au. Ist das ein Tankdeckel? Weiß ich nicht, ich seh irgendwie keinen. Oh, 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 verpiss dich! Der dreht sich zu mir, der Penner. Scheiße! Ah! Blut, ich hab' vorhin einen MG! Boah, da ist die Fläte jetzt ein bisschen. Holy shit! Lauf! Lauf! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh! Nein! Mach keinen Scheiß! Oh! Junge! Lass mich hier hinter, du Penner-Panzer, ey! Ah! Komm hier hin, wo bist du? Jetzt, jetzt, jetzt bin ich erstmal entspannt. Ich entspanne jetzt erstmal. Du Spasti da hinten, ey! Ich schmeiße mal eine Granate auf den Panzer. Vielleicht bringt das was. Meinst du? Ja, ein bisschen, oder? Der dreht sich immer weiter. Ach, ich seh' den Deckel! Ja? Da, kaputt. Ja, sauber. Ey, das war tricky, ey. Ohne Scheiß. Alter, ich dachte, der wäre kaputt! Warte mal! What the fuck? Da kommt noch ein Panzer! Nee! Doch! Wo war der Panzer? Wo war der Deckel? Äh, jetzt ist er hinten rechts. Hinten links. Warte mal. Was denn jetzt? Hinten rechts! Jetzt, so wie er jetzt da steht. Moment mal eben. Warte, ich versuche ihn zu treffen. Ah, das war knapp, das war knapp. Ey, der dreht sich bei mir voll komisch, unlogisch. So, warte mal. Den hab ich schon mal weggefetzt. Boah, what the hell? Ja, das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt, das ist jetzt unschön. Ja, okay. Ich komme. La, 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 la. Oh! Lol. Der hat mich weggefetzt. Der hat mich einfach weggefetzt. Ey, WTF. Da müssen wir immer ein bisschen... Oh, wieder von neu? Ja. Was war das? Was war das? Ach, komm mal, das Maul ist ernsthaft. Hier. Direkt. Versteck dich irgendwo. Oh, holt nicht rum, ey. So, den hab ich jetzt mal weggefetzt, da. Oh, ich werf ihn einfach nicht. Oh, jetzt. Oh, scheiße. Stirb doch jetzt. Ja, guck mal, der ist schon mal tot. So, der ist doch schon mal schön, so. Jetzt guck ich nochmal gleich nach oben. Wo der Spassi ist. So, den, den hast du tot. So, der ist doch der Spassi nach oben. Sind ja nicht zwei Spassi? Ich glaub, ich hab den erledigt. Den da oben. Wenn ich mich nicht täusche. Aber einer ist noch... Ah, genau. Da oben. Verreck. Ja, komm, komm raus. Ach, darf er hin. So. Der hat eine Granate geschmissen, der Penner. Pass auf. Oh, we... Ich hab's gerade noch gesagt. Aber er ist tot. Ich hab ihn weggefetzt. Richtig weggefetzt. Der Panzer lebt, ne? Ja. Ich weiß auch, wo man draufschießen muss. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, ey, das fickt mich gleich schon wieder, ey. Take it, take it, take it. Jetzt von da aus, wo du stehst, kannst du den einfach kaputt machen. Halloy, ich seh ihn, ja, ja, ich seh ihn. Ach so, der ist von zwei Seiten da. Warte mal, mach einfach so. Ey, wollte ich gerade machen. Uff. Aber weißt du was? Und dann kommt noch der zweite. So, warte mal, der ist auch schon mal tot. Oh, ey, krass. Stirb doch. So, den haben wir auch schon mal dead. Jetzt überlege ich, wie ich den kaputt mache. Au. Bin fast tot, ne? Ich auch. Bin fast tot. Ey, wenn du noch einmal schießt, bin ich tot. Warte, ich muss mich bewegen. Oh, lol. Ey, ich war doch hinterm Baum, ey. WTL. Du hättest auch rennen müssen, wo ich gerannt bin. Ja, ich muss ja nicht, dass der zirn schießt. Ach, das anzunehmen. So, warte, ich versuche dich mal zu retten. Jetzt, jetzt, jetzt. Weil jetzt ist der Schluss gerade. Okay. Dann ist gut, dann ist gut. Dann müsste es uns irgendwie ansneaken. Warte, man kann hier ins Haus rein, ne? Man kann den irgendwie hierhin pullen. Man kann den irgendwie pullen, den Typen. Scheiße, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Jetzt habe ich eine Granate geworfen. Aber vielleicht sollte es reichen. Ja, der kommt, der kommt, der kommt. So, das Ding ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie man den jetzt kaputt macht. Von hier aus. Warte, er... Warte, der kommt. So, der kommt näher und näher. Jetzt dreht er sich. Und jetzt muss man drauf schießen. Aber ich komme da nicht so dran. Warte. Da, jetzt steht er. Ja, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ja, jetzt. Lol, jetzt. Und Bäm. So, wo sind die anderen Spassi? Es sind die Spassi. Ja, das war gut. Das war gut. Guck mal, ich habe voll in den Arsch geschossen. Oh, 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 oh. Ich lebe aber noch. Oh, lol. Da steht einer vor mir, ey. Ey, WTF, wo? Wo steht er vor dir? Ja, zwei. Ah! Ha, 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 ha. Oh, ho, ho, ho. Ich bin heiß cold. Ist egal. Ich retze dich erst mal. Na, warte, Bilder. Was ist jetzt eigentlich? Dreck! Oh, ja. Jetzt ist er tot. Ich muss mal hier ins Haus gehen. Irgendwie. Hä? Ich muss sogar hier hin. Wo? WTF? Muss ich hier rein? Weiß nicht. Ich habe gerade einen Punkt hier. Muss ich rein. Ja. Ja. Indeed. Aber, warte mal. Hä? Aber von der anderen Seite ist auch ein Punkt. Irgendeiner hat mich gerade abgebollert. Von einem unbekannten Punkt. Au! Da ist oben jemand auf dem Kirchendings. Warte. So. Eins, zwei. So, jetzt müsste der tot sein. Von der anderen Seite Richtung hat auch noch einer Rad geschossen. Warte, ich weiß noch, wo der andere ist. Den habe ich gerade ins Gesicht geschaut. Und piu! Tot. Ah. Ah. Spastis, ey. So, seinen Kopf hätten wir schon mal. Ah, okay. Tschüss. Du machst den. Da oben ist noch jemand beim Fenster. Tschüss. Da ist noch einer. Noch einer? Aua. Komm, zeig nochmal. Zeig nochmal deinen Kopf. Nee. Der zeigt gerade nicht seinen Kopf. Wieso zieht er denn nicht? Warum schießt er nicht mehr? Was ist das für ein Spassi? Warte mal. Wo genau müssen wir denn hin? Wir müssen hier irgendwie rüber gehen, hä? Kirche irgendwie. Kann ich einfach rüber... Aber wir müssen wahrscheinlich hier einmal rum. Da hier ist ein Punkt jetzt. Achso, okay. Bei mir ist die ganze Zeit irgendwie so ein geiler Pfeil nach da hinten, dass wir da noch jemanden töten müssen. Aber egal. Wenn jetzt einer im Haus noch ist, dann stirbt er jetzt. Ah, okay. So, den hätten wir schon mal. Noch einer. Nein, okay. Dann gehe ich weiter. Aber bestimmt müssen wir hier hochklettern. Oder auch nicht. Jeff, ich kann nicht hochklettern. Bei dir kann man ins Haus rein. Oder kann ich einfach nach oben laufen? Lol. Oder auf anderen Spieler steht bei mir. Hier, wir müssen unten ins Haus rein. Hä? Bin ich nicht bei dir jetzt? Ah! Ah, WTF! Ah! Ich bin tot. Von wo? Ja, ich bin oben. Ah, fuck. Ich bin ja auch tot. Ich bin jetzt gerade irgendwo oben ins Gebäude reingerannt. Oh, lol. Jetzt bin ich mir voll im Arsch. Ja, bei mir waren woanders diese gelben Punkte, wo ich hin soll, angeblich. Wie würdest du denn da hochkommen? Da, wo das MG ist, hoch? Ja, da, wo das MG ist, hoch. Und da, pass auf. Da sind der klassische Spasten. Zwei Stück. Sehr gut. Ah, da ist noch einer. Ah, scheiße! Nein! Ey, ich musste nachladen. Ich hätte keine Muni mehr. Ey, WTF, wo wir denn so schlecht, ne? Jetzt haben wir nicht von neu. Boah, pfuh! Achso, hier dann. Wir müssen... So, bei mir steht hier, wir müssen nach oben. Bei mir steht hier, warte auf anderen Spieler, wo ich bin. Ah, warte, warte, warte. Ich will mal einen Moment. Bleib mal kurz stehen, bleib stehen. Geh weg da, geh weg da. Haha, ich wusste, da war einer. Ich wüsste nicht, was wir hier haben sollen, machen sollen. Ich hab keine Muni mehr. Okay, den hab ich schon mal. Oh, ne, jetzt nicht da. Geht euch. Die ist safe. Eigentlich so halb. Halbwegs safe. Granaten? Warte mal. Warte mal. Nein. Oh, die sind exklusivfässer. Pass auf. Ich glaub hier hoch. Ja, ich glaub schon. Boah, WCF. Weißt du was, ich komm... Ja, nee. Irgendwie nicht ganz. Nee? Na, irgendwie nicht. Hm, Ziel erreicht. Hä? Naja. Wahrscheinlich konnte man zwei Wege nehmen. Was? Von wo? Achso. Okay. Warte, irgendwie wird mir nicht ein Ziel angezeigt. Achso, da oben. Boah, der ist schon mal dead. Der ist schon mal dead. So, was sagt... Das Spiel sagt uns Ziel lang? Nee, das sagt mir nix. Aber ich seh immer nur, dass es Ziel lang geht. Achso. Hä? Achso, hier. Ey, guck mal, ey. Wir haben nur einmal ganz kurz aufgeschrien wegen dem scheiß Panzer, ne? Und mein Hals fühlt sich trotzdem schon direkt im Arsch an, weißt du? Ich hab nicht so ein starkes Sprachorgan, ey. Das ist ganz schnell ausgeschöpft. Wundert mich eigentlich. Hier ist wieder ein Muni, guck mal. Oder Granaten nimm dir die mal, damit du auch welche hast. Ja. So, toll. Und jetzt? Ah, gut. So, klack da. Hier haben wir mal hoch und da klettern. Oh, Alter. Das ist die richtige Kletternheit hier. Das ist jetzt ein Street-like, ey. Naja, wie viel wir hier klettern müssen, das ist ja schon so eine Sache, ne? Oh, hier gibt es schon Party jetzt. Jo. Ja, der neue Sniper. Oh. Oh. Aber das wird lustig. Okay, Ziel erreicht. Wow. Alter! Du bist mir verarschen. Von, 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 von wo denn? Mit der, von wo denn? Warte mal. Also, ich geh mal nach ganz oben. Ach, liegt da so ein Spasti? Ey, da liegt doch so ein Spasti. Nein, ich bin gleich tot. Scheiße. Einer ist an einem MG, den hab ich. Ich muss jetzt gerade erstmal ein bisschen chillen, kurz. Ey, wenn die sich hinlegen können. Ey, bitte, jetzt, ich drück schon wieder Y, weißt du? Warte mal. Ist er jetzt tot? Der MG ist tot. Ne, der Typ da oben, meine ich, der hier. Ist der tot? Ja, ne? Den hast du bestimmt erledigt. Weiß nicht, welchen du meinst. Der da vorne im Haus drin. Ne, der lebt noch. Hab ich nicht. Was ist da los? Trefft ihr nicht. Ist das gerade eine Granate hingeschmissen? Der sah gerade so aus. Aber er schießt gerade nicht, deswegen interessiert es mich gerade nicht mehr so viel. Wenn er vielleicht schon tot ist? Ne, ich glaub nicht. Er hat wieder so ein MG. So, warte mal, den haben wir, Dad. Überlebe den Deutschen. Überlebe den Deutschen. Den Deutschen Angriff sollen wir überleben. Der Panzerfreund, der ist doch bestimmt hoffentlich kaputt. Ja, ich denke schon. Hm. Hm. Sollen wir hier weg? Weiß ich nicht. Ich glaub, wir müssen hier weg, oder? Ja, das ist ein Punkt. Oder müssen wir noch... Yes? Das ist ein Punkt, oder? Ja. Wir müssen die drei Angriffe überleben. Ach so. Hm. Ja. Oh. Eventuell. Ich glaub, wir sind schon hier im Haus drin. So, und jetzt bin ich für die... Auf wen schießen die denn? Ah, no, da steht da einer. Ja, genau, und rechts sind sie. Äh. Hallo? Wir müssen jetzt, glaub ich. Oder? Ja. Da, an die Kente wahrscheinlich. Ja. Ich glaub, wir sind sowieso ein besoffener, ey. MG direkt ausgeschaltet. Hä? Von mir steht der Typ noch da. Ja, der ist ein zweiter schon. Ah, der ist wahrscheinlich total dämlich und das voll spätig erst gecheckt, ne? Ja. Hm, ich geh davon aus, wir müssen noch weiter runter. Irgendwie, ich versteh's nicht so ganz. Guck mal, wo man hier noch weiter runter kann. Na, hier kann man weiter runter. Hallo, was ist jetzt los? Es wird alles nochmal dunkler. Ja, war kackt. Warum? Hä? Ziel nicht erreicht. Ich mach es jetzt. Nach dem ein ich.